Die drei Botschaften Drei Botschaften senden die Götter ihr Mönche. Welche drei sind das? Da wandelt jemand übel in Gedanken, Worten und Werken. Wegen solch üblen Wandelns in Gedanken, Worten und Werken geht er, wenn sein Leib zerbricht, jenseits des Todes den Unglücksweg, dem bösen Gang zur Verdammnis, zur Hölle. Den ergreifen ihr Mönche die Höllenwächter hier und dort an den Armen und bringen ihn vor den König Jama. Herr, dies ist ein Mann, der Mutter und Vater nicht geehrt hat, der Asketen und Brahmanen nicht geehrt, den Ältesten seines Geschlechtes keine Ehre erwiesen hat. Über den mögest du, Herr, Strafe verhängen. Dann befragt ihn und verhört ihn und redet mit ihm König Jama von der ersten Götterbotschaft. Sage mir, Mann, hast du nicht gesehen, wie unter den Menschen die erste Götterbotschaft erschienen ist? Und er antwortet, das habe ich nicht gesehen, Herr. Dann spricht König Jama zu ihm, sage mir, Mann, hast du nicht unter den Menschen eine Frau oder einen Mann gesehen, achtzig oder neunzig oder hundert Jahre alt, Kreis, gekrümmt wie ein Gabeldach, gebückt auf einen Stab gestützt, ein Heer wandernd, schwach, der Jugendkraftbar, mit gebrochenen Zähnen, ergraut, kahl? Er wackelt mit dem Kopf, ist runzlig und an allen Gliedern mit Flecken bedeckt. Und er antwortet, das habe ich gesehen, Herr. Dann spricht König Jama zu ihm, sage mir, Mann, da du doch verständig genug und alt genug warst, hast du da nicht zu dir gesagt, auch ich bin dem Alter unterworfen und von des Alters Macht nicht frei. Wohl an, denn ich will Gutes tun in Gedanken, Worten und Werken. Und er antwortet, das habe ich nicht vermocht, Herr, das habe ich im Leichtsinn versäumt. Dann spricht König Jama zu ihm, Hörer, Mann, aus Leichtsinn hast du nichts Gutes getan in Gedanken, Worten und Werken. Wahrlich, Mann, man wird dir tun wie einem Leichtsinnigen gebührt. Deine bösen Taten hat nicht deine Mutter getan und hat nicht dein Vater getan, nicht dein Bruder und nicht deine Schwester, nicht deine Freunde und Hausgenossen und nicht deine Verwandten und Blutsfreunde, nicht Götter, nicht Asketen und Brahmanen. Du allein hast deine bösen Taten getan und du allein sollst ihren Lohn ernten. Wenn König Jama ihn so, ihr Mönche, über die erste Götterbotschaft befragt und verhört und davon mit ihm geredet hat, befragt und verhört er ihn und redet mit ihm von der zweiten Götterbotschaft. Sage mir, Mann, hast du nicht gesehen, wie unter den Menschen die zweite Götterbotschaft erschienen ist? Und er antwortet, das habe ich nicht gesehen, Herr. Dann spricht König Jama zu ihm, sage mir, Mann, hast du nicht unter den Menschen eine Frau oder einen Mann gesehen, krank, leidend, voll schweren Siegtums, da liegend, in seinem eigenen Urin und Kot von anderen aufgerichtet, von anderen niedergelegt. Und er antwortet, das habe ich gesehen, Herr. Dann spricht König Jama zu ihm, sage mir, Mann, da du doch verständlich genug warst und alt genug warst, hast du da nicht zu dir gesagt, auch ich bin der Krankheit unterworfen und von der Krankheit macht nicht frei. Wohl an, denn ich will Gutes tun in Gedanken, Worten und Werken. Und er antwortet, das habe ich nicht vermocht, Herr, das habe ich im Leichtsinn versäumt. Dann spricht König Jama zu ihm, sage mir, Mann, hast du nicht unter den Menschen eine Frau oder einen Mann gesehen, tot seit einem Tage oder tot seit zwei Tagen oder tot seit drei Tagen, geschwollen, vollblauer Flecken mit fauligem Ausfluß? Und er antwortet, das habe ich gesehen, Herr. Dann spricht König Jama zu ihm, Hörer, Mann, aus Leichtsinn hast du nichts Gutes getan in Gedanken, Worten und Werken. Wahrlich, Mann, man wird dir tun wie einem Leichtsinnigen gebührt. Deine bösen Taten hat nicht deine Mutter getan und nicht dein Vater getan, nicht dein Bruder und nicht deine Schwester, nicht deine Freunde und Hausgenossen und nicht deine Verwandten und Blutsfreunde, nicht Götter, nicht Asketen und Brahmanen. Du allein hast deine bösen Taten getan und du allein sollst ihren Lohn ernten. Wenn König Jama ihn so ihr Mönche über die dritte Götterbotschaft befragt und verhört und darüber mit ihm geredet hat, schweigt er still. Dann nehmen die Höllenwächter ihr Mönche mit ihm vor, was man die fünffache Fesselung nennt. Sie treiben einen glühenden eisernen Pflock durch seine Hand, treiben einen glühenden eisernen Pflock durch seine andere Hand, durch seinen Fuß, durch seinen anderen Fuß, mitten durch die Brust. Da leidet er qualvolle, bittere, scharfe, stechende Schmerzen und er stirbt nicht, solange seine böse Tat nicht abgebüßt ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017